Willkommen zu diesem Video, Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du am Start bist, denn ich habe heute in diesem Video etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar möchte ich hiermit meinen Adventskalender ankündigen. Yay! Ho, ho, ho! Das Ganze wird so funktionieren, dass es von mir Videos, kleine Geschichten, paar coole Übungen, Tutorials, Musik geben wird. Es wird viele coole Überraschungen geben, wie sich das für einen Adventskalender gehört. Es wird jeden Morgen eine Überraschung für dich in dein Postfach geben. Das Ganze wird es übrigens nicht hier auf YouTube geben. Das hier nutze ich einfach nur, damit es alle mitbekommen können. Aber das ist für all die Leute, die sich jetzt unter diesem Video in der Beschreibung in den Adventskalender eintragen. Keine Sorge, einfach nur Vorname und E-Mail-Adresse reinhauen und schon bist du dabei. Es wird absolut kostenfrei sein, versprochen. Also, du wirst jeden Morgen ein Törchen präsentiert bekommen, wie es hier bei Werde Musiker so schön heißt. Und ich würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen, damit wir zusammen eine gitarristische Weihnachtszeit verbringen. Und ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Also, trag dich jetzt unter diesem Video ein und dann sehen wir uns zur Weihnachtszeit. Ho, ho, ho! Mach's gut! Bis dahin! Ciao! Bis zum nächsten Mal!